Herzlich willkommen zur großen Fuji-Vorschau zum baldigen Event am 16. Mai. Ich fasse euch in dieser Ausgabe von Fotografix News zusammen, auf was ihr euch höchstwahrscheinlich freuen dürft. Interessiert euch das nicht, ist aber auch was für Panasonic, Canon, Sony und Drohnen-Fans dabei. Also, let's go! Bis zum nächsten Mal. Eure Wahl, denn so bekommt ihr ganz bequem Bescheid, wenn die neuen Folgen online geht. Und ihr unterstützt uns dabei, ohne einen Cent auszugeben. Apropos Unterstützung, die bekommen wir auch diese Woche wieder von unserem Sponsor Fotokoch, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Bei Fotokoch sind gerade einige neue Aktionen gestartet, zum Beispiel der große Sony Sommer Cashback, eine Sofort-Aktion, nee, Sofort-Rabatt-Aktion bei Canon, sowie eine Cashback-Aktion bei Fujifilm. Alle Aktionen und Angebote findet ihr unter www.fotokoch.de-cashback oder ihr geht einfach über den Link in der Podcast- und Videobeschreibung auf die Seite. Fuji wird am 16. Mai ein Event veranstalten, auf dem etliche neue Produkte vorgestellt werden sollen. Und da Fuji-Kameras viele Menschen interessieren, haben die Leaker und Gerüchte-Experten sich in den letzten Wochen echt viel Mühe gegeben. Und so ist schon ziemlich klar, was Fuji da alles am 16. Mai vorstellen wird. Zu Beginn dieser Folge möchte ich einmal alles zusammenfassen und vorher darauf hinweisen, die folgenden Infos stammen aus zuverlässigen, aber noch immer inoffiziellen Quellen. Es gibt also keine Garantie, dass alles so passieren wird, aber es ist zumindest wahrscheinlich. Den Start macht dabei die Fuji X-T50, Fujifilms nächstes Systemkamera mit APS-C-Sensor. Die X-T50 wird wahrscheinlich mit dem 40-Megapixel-Sensor des aktuellen Fuji-Flaggschiffs X-T5 ausgestattet sein. Hinzu kommen weitere Profi-Features wie ein IBIS und der X-Processor 5. Die Bildqualität wird also höchstwahrscheinlich vergleichbar mit der großen Schwester. Spannend ist zudem, dass Fuji in der X-T50 wohl ein Moduswahlrad für Filmsimulationen integrieren wird. Dieses soll, wie ihr jetzt bei YouTube sehen könnt, auf dem geleakten Bild von Fuji Roamers oben links auf der Kamera platziert sein. Im Vergleich zu X-T5 gibt es aber wohl nur ein Slot für SD-Karten. Das Gehäuse der X-T50 soll zudem nicht wetterfest sein und Fuji wird wohl beim alten Akku aus dem Vorgängermodell bleiben. Für Fuji-Profis, das wäre dann der NP-W12S. Aus der Vorgängern soll zudem auch der elektronische Sucher mit 2,36 Millionen Bildpunkten übernommen werden. Bei dieser Info handelt es sich aber ausdrücklich um ein echt vages Gerücht, also warten wir hier nochmal besonders ab. Insgesamt klingt es aber so, als würde Fuji noch ein wenig Abstand zur X-T5 lassen wollen, außer beim Preis. Denn aktuellen Informationen zufolge wird der Preis der X-T50 höchstwahrscheinlich auf 1499 Euro ansteigen. Das wäre durchaus knackig, denn die Vorgängerin kam mit einer UVP von 900 Euro auf den Markt. Mit Cashback kostet die X-T5, also die große Schwester, aktuell zudem nur 1629 Euro. Also die Frage an euch, ist das für euch ein Downer oder wärt ihr bereit, so viel Geld für die neue X-T50 auszugeben? Im Kitz soll die neue Kamera übrigens 1899 Euro kosten und auch hier wird Fuji wohl etwas Neues vorstellen. Die Rede ist vom neuen XF 16-50mm f2.8 bis 4.8, das einzeln für 799 Euro auf den Markt kommen soll. Im Bundle sinkt der Preis also auf nur 400 Euro. Jetzt holen wir armativ Luft und machen weiter mit zwei weiteren Fuji-Gerüchten. So soll der Hersteller auch die GFX 100 S2 für 5.500 Euro auf den Markt bringen, die dann noch einmal günstiger wäre als die GFX 102, für die zeigt man laut UVP, nämlich 7999 Euro. Und das war letztes Jahr schon ziemlich günstig. Fürs Mittelformat soll es dann noch eine neue Tele-Festbrennweite geben, und zwar die GF 500mm f5.6. Hier schreibt die Gerüchteküche 3899 Euro aus. Ganz genau wissen wir es dann am 16. Mai, also schreibt es euch in den Kalender. Letzte Woche hatte ich euch von einer kleinen Panasonic-Überraschung erzählt, zu der es jetzt neue Infos gibt. Wieder sind es natürlich Gerüchte, aber es soll sich tatsächlich um eine Kompaktkamera mit Vollformatsensor handeln. Die Quelle spricht davon, dass Panasonic eine derartige Kamera vorstellen wird, die dann vergleichsweise günstig und in verschiedenen Farben erhältlich sein wird. Glaubwürdig wird diese Info vor allem dadurch, dass die Quelle letztes Jahr bei Gerüchten zur Nikon ZF genau richtig lag. Mehr Infos habe ich aber aktuell leider noch nicht. Spannend bleibt also, ob die Kamera eine Festbrennweite oder ein Zoom-Objektiv haben wird. Was für euch lieber? Im X106-Stil mit Festbrennweite oder klassisch mit Zoom? Schreibt es mir auch hier gerne in die Kommentare. Schaut ihr Fotografics News gerade auf YouTube, dann blickt ihr durch eines der beliebtesten Sigma-Objektive für den Sony E-Mount, das 24-70mm f2.8 DG DN aus der Art-Serie. Und dieses beliebte Objektiv soll noch im Mai eine Nachfolge bekommen. Gerüchten zufolge wird das 24-70mm f2.8 Mark II für den E-Mount und auch für den L-Mount auf den Markt kommen. Dabei soll das Zoom-Objektiv kleiner und leichter werden. Sigma soll zudem die Bildqualität und den Autofokus verbessern. Konkret spricht die Quelle davon, dass es eine bessere Farbwiedergabe und eine höhere Schärfe geben soll. Meine Erfahrungen mit der ersten Generation sind wirklich, wirklich positiv. Von Konzertfotos, Landschaftsfotos bis hin zu Zirkus-Performances oder auch Porträtaufnahmen und Kurzfilmen. Der Brennweitenbereich mit durchgegner Blende macht das Zoom-Objektiv echt flexibel und ersetzt bei mir einige Festbrennweiten. Zusammen mit der Sony A7IV ist der Autofokus zudem etwa zu 95% zuverlässig, selbst in dunklen Umgebungen. Und ja, ich muss zugeben, etwas groß und klubig ist es mit einer Länge von 12,5cm und einem Gewicht von 830g dann doch. Ich bin also echt gespannt, was Sigma da noch machen kann. Zu einem Preis von nur 299 Euro hat DJI eine neue kompakte 4K-Drohne präsentiert. Die DJI Mini 4K erscheint als Nachfolgerin der DJI Mini 2 SE im Einsteigebereich und umfliegt mit einem Gewicht von unter 250g mal wieder die Notwendigkeit eines Drohnenführerscheins. Neu ist hier allerdings nur die verbesserte Kamera, die bei gleicher Sensorgröße jetzt in 4K aufnehmen kann. Das ist laut Datenblatt maximal bei 100Mbps und mit 30 Bildern pro Sekunde möglich. Viel mehr gibt es hier leider nicht zu berichten und da wir ja schon ziemlich viel besprochen haben, verweise ich mal auf Jonathans News in der Podcast-Beschreibung. Denn abschließend möchte ich diese Ausgabe von Fotografics News mit den neuesten Kennengerüchten. Die gute Nachricht, offenbar soll das nächste Event schon eine Woche früher stattfinden, also zwischen dem 14. und dem 16. Mai. Die schlechte Nachricht zu dem, was dort vorgestellt wird, gibt es nach wie vor kaum zuverlässige Infos. Im Gegenteil, plötzlich ist von einer ganz anderen Kamera die Rede als noch letzte Woche. So soll jetzt neben der EOS R5 Mark II nicht etwa die EOS R1 vorgestellt werden, sondern eine ganz andere, unbekannte Kamera. Inzwischen hat Canon insgesamt fünf Modelle registriert und sorgt dadurch im Vergleich zu Fuji für eine angenehme Verwirrung. Neben der EOS R5 Mark II, die ziemlich sicher kommt, sind also folgende Modelle möglich. Erstens die EOS R9 als indirekte Nachfolgerung der EOS RP, die sich also noch unter der R8 einordnen soll. Die EOS R7 Mark II, die alte R7 ist ja schließlich schon zwei Jahre alt. Die EOS R6 Mark III, das ist aber noch eher unwahrscheinlich, da die R6 Mark II ja erst im November 2022 auf den Markt kam. Oder eine neue Kompaktkamera, die dann also auch als Konkurrentin zur Fuji X106 erscheint. Das Modell ist im Großen und Ganzen am unwahrscheinlichsten. Aber Panasonic scheint ja auch Ähnliches vorzuhaben. Schreibt mir gerne, was für euch an diesen Ankündigungen so alles interessant ist. Ich freue mich auf eure Meinung und gebt mir ganz viel Mühe, auf jeden Kommentar auch einzugehen. Bevor ich aber auf eure Kommentare eingehe, dann muss ich diese Folge erstmal schneiden und hochladen. Also gut jetzt mit Gerüchten und Drohnenvorstellungen. Wir sehen uns also nächste Woche wieder. Falls ihr da Lust drauf habt, noch einmal der Hinweis. Abonnieren und über ein Gefällt mir freue ich mich natürlich ebenfalls. Denn das zeigt mir, dass euch meine wöchentlichen Zusammenfassungen gefallen. Also bis nächste Woche und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020